Ich habe mich auf jeden Fall schon gefreut seit letzter Woche, als Fabi mir gesagt hat, dass wir spielen können und es hat auch auf jeden Fall Spaß gemacht. Der Felix ist auch ein richtig sympathischer Typ. Ich hatte keine Chance, ich konnte das Ergebnis noch knapp halten, aber ich war näher am 2-0 als am 1-1 auf jeden Fall. Also ich finde es ist eine coole Sache und gerade für die Jungs auch, ich glaube denen macht es auch richtig Spaß und ich finde es richtig geil, man kann es auch gut angucken, es ist gut Stimmung drin, man kann mitfiebern und ich glaube das ist eine coole Sache. Ich will spielen, aber leider hatte ich da gar keine Schnitte. Ich habe noch nie was Torsches.